Okay, machen wir mal eine Runde mit Taumboi. Eine letzte Runde noch mit Taumboi. Letzte Runde. Allerletzte Runde. Skrrr. 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 Okay, jetzt stext jetzt hier. Letzte Runde. Skrrr. Was mach ich von mir jetzt? Randoms. Da ist Randoms. Ne, die wollen wir nicht. Raus mit die Viecher. Raus mit die Viecher. Sonst sind wir nur zu viert. Einem Forster. Einem Forster. Mit 42 Sekunden. Cool. Der Forster will Spaß haben. Mega, ne? Hatte ich auch gerade. Auf der kleinen Map. Was haben die? 42 Standards. Ne, 45 Standards. Ich hab's runtergesetzt auf 42. Nice. Easy. War eine coole letzte Runde, oder? Wollte mir eine Private Lobby machen, wo keine Randoms rein joinen. Können wir machen. So. Der Typ ist, äh, not, not me, ist noch Random, oder? Ja. Hau ich mit die Viecher. Kicken, kicken. Hau ich mit die Viecher. So. Jetzt sind wir aber zu fünft. Komm, ne Runde zu fünft, ne Runde. Ne Runde zu fünft. Ja, mit den Einstellungen geht das auch. Ganz ehrlich, kannst du mal stoppen, geht das nicht, geht nicht, geht. Ich hätte, ich hätte keinen Schau, ob es einen Taubenhut gibt. Rot ist das, Rot ist das, was ich gesagt habe. Genau. Ach, Krum, ey, jetzt ist so ein Scheiß. Ich will wieder ein Poster sein. Wird wohl heute nichts mehr. Letzte Runde jetzt hier, ich muss weg. Ich musste schon vor einer, vor viertel Stunde weg. Jetzt hier mal. Ist schon die dritte, 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 letzte Runde. Ja. Wo ist das Mitleid? Jetzt sind wir. Jetzt haben wir zumindest mal eine Runde, wo keine Randoms mit dabei sind. Endlich mal der erste Part ohne Randoms. Sehr gut. Mach mal jemand das Licht wieder an. Wir sind schon dabei. Äh, was? Äh, na, da, 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 da. Dort drüben habe ich noch welche. Hier. Hier reparieren. Kabel verbinden. Das ist wirklich die häufigste Task. In dem Spiel. Überall. In allen drei. Oha. Rot war mitten in der Schleuse. Mitten in der Schleuse lag Rot rum. Ich bin gerade reingekommen in die Schleuse und da lag Rot rum. Äh, ich war rechts oben, da waren Felix und Lars bei mir. Ich kam gerade von, ich kam gerade von unten. Ja, ich will nicht sagen, aber bevor Capi da hochgegangen ist, warst du da oben, Jakob. Ich war da oben, ja, weil. Ich war die ganze Zeit unten. Ja, da kann man auch rüberwenden. Ich wollte gerade hochgehen. Wer kann mir entgegen? Also Traumboy. Also Traumboy ist das, oder? Nein. Ich würde schon sagen. Na gut, wenn du das sagst. Das wäre eigentlich. Nee, ich kam doch gerade da unten. Ich hab das doch gerade, ich kam doch. Ich finde das so wie du mich einfach. Ich war gerade eben noch oben bei dem, ich war gerade oben noch bei dem Gardeningens, bei dem Dingens und bin dann, wollte dann runter zu meinen Tasks, die da oben sind und hab dann in der Späße. In der Sicht. Ich, ich würde. Ja, komm. Nein. Na? Oh, ich kann einfach Ding, wenn man nicht, wenn man nicht, wenn man nicht, wenn man nicht in Dekon, sondern drunter. Was wär, war was? Wären wir unterhalb von Dekon als Ding reingangen ist, Capi. Ich nicht. Ich glaub, das war Felix, der hat vielleicht festgemütet. Ja, ich war das. Dann wär's ja Capi gewesen. Er war direkt neben ihm. Gut, ich muss weg. Weißt du, was das Witzige ist? Wie ist es passiert? Ist es wirklich so passiert, wie ich es gesagt hab, mit dem Vent? Ja. Ich eigentlich höre und gehe raus, kann drüber gehen. Manche zu leckeren. Ich hab das Licht eingemacht. Gut, Leute, ich muss weg. Viel Spaß euch noch. Ich muss raus. Ich muss, ich muss gehen. In die Aufnahme. Ich darf mich nach oben lassen, aber wenn ihr seid, bis dahin und ciao. Bis zur nächsten Folge. Dann sag denen mal, die sollen jetzt kommen. Ich bin weg. Ciao. 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 Tschau. Heißt da jemand Tobinato? Ähm, ich glaube nicht, dass das der richtige ist. Ähm, O2. Ich mache hier gerade eine Runde mit dem Tobinato. Wahrscheinlich nicht der richtige. Hehehe. Ich habe es einfach mal aufgenommen, weil es das der Fall sein sollte. Tobinato ist ein Poster. Was? 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 Danke Blu ist das ok. Ok. Danklos. Der ist schon raus. Danklos nix draus. Der ist geläftet. Kann es gar nicht sein. Unentschieden. Skip. No. Injected. Security. Ich muss Security was machen. Hui. Bei Security. Das wäre ja mal aus. Außer wenn ich da jetzt irgendwie... ...ein Tominator mit dem Dream stream wäre. Was streamt der gerade? Oder was ist da los? Dann müsste ich nachher mal kontrollieren. Und warum spielt der gegen Grindelbs? Das ist ein bisschen... Nee, ich glaube nicht, dass der echte ist. Warum sollte? Ja, diese Tosk hatte ich schon ewig. Und schon öfters. Ich habe es jetzt... Ich nehme jetzt einfach mal hier auf. Einfach mal schauen, ob ich es irgendwie verwenden kann. Dann mache ich mit den Clickbaits im Titel. ...Dominator haben. ...Hab ins Dominator... ...Amongas gespielt. ...Kann man gut Clickbaiten. Das ist so. Als ob. Na ja. Wird er schon nicht sein. ...Ach Blätter einsaugen. Wie lästig. Manche Aufgaben hier sind... Na ja. Ein bisschen lästig. Ein bisschen. So, ich habe meine Tasks erledigt. Alles klar. Die müssen nun noch nicht getötet werden. Okay. Wir waren jetzt in einem Poster. Ich war in einem Poster. Ich war in einem Poster. Ein E-Skip. Ja. Ich habe meine Englisch. Ein E-Skip. Ja, ich habe meine Englisch. Ich habe meine Englisch. Tobi wird rausgeworfen. Hm. Entschuldige. Ach, er war es oder was? Natürlich. Tobi wird rausgeworfen. Genau. Entschuldige. Untertitelung des ZDF, 2020